Unsere Vereine sind die ehrenamtliche Säule unserer Gesellschaft. Deshalb ist es insbesondere im Bereich des Sportanlagenbaus und der Jugendförderung von Bedeutung, dass wir unsere Vereine unterstützen. Deshalb fordere ich mehr finanzieller Spielraum für die Kreise und Städte in diesem Bereich. Unterstützen auch Sie unsere gemeinsame Petition, damit es in den rheinland-pfälzischen Kommunen wieder aufwärts geht. Petition Heimat – Ihr Klick für unsere gemeinsame Zukunft.